Das heutige Video wird euch präsentiert von BingX. Kryptos kaufen, handeln oder einfach Copy-Traden. Willkommen in eurem sozialen Trading-Netzwerk. Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Ja, eine ruhige Woche geht dem Ende entgegen. Trotzdem habe ich einige spannende Neuigkeiten für euch parat. Zum einen schauen wir uns gleich mal an, wohin die Reise von Bitcoin gehen könnte und welche Zonen wir unbedingt im Auge behalten sollten. Außerdem gucken wir uns mal an, was am 1. bzw. 2. Februar so passieren könnte, denn wir wissen, die Fed hat den nächsten Termin auf der Agenda und wir werden mal schauen, inwieweit die Märkte auf eine eventuelle neue Zinserhöhung reagieren werden. Kommen bald einheitliche Kryptosteuren in der EU, auch dazu werde ich euch einiges erzählen, denn die Vorstellung hat mich schon so ein bisschen schockiert und ich will mit euch mal gemeinsam diesen Artikel teilen und inwieweit das Ganze jetzt auch schon Hand und Fuß hat. Und wir gucken uns neben einem kleinen XRP-Update vor allem aber auch die aktuelle US-Schuldenuhr an, denn dort scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Ihr seht es hier, überall sind die Werte bei 0 und ich werde mit euch gemeinsam herausfinden, warum das so ist und gleichzeitig werde ich euch aufzeigen, ob wir jetzt panisch werden sollten oder ob das vielleicht alles ganz nachvollziehbar ist. Das und vieles mehr nach dem Intro. Ja Freunde, hier im Hintergrund habe ich eine Kleinigkeit für euch aufgebaut. Heute darf ich euch nach längerer Zeit mal wieder eine kleine Aktion unseres Shops vorstellen, in fftk-shop.de. Bei jeder Bestellung ab einem Warenwert von 25 Euro, ganz egal was du holst, ob nun ein paar Mini-Steelplates oder irgendwelche anderen Artikel bei uns im Shop, gibt es eine Kryptotasse gratis dazu. Es gibt dort verschiedene Motive. Wir haben zum einen einige Steppen-Motive, aber auch Kryptocoin-Tassen, so zum Beispiel Dogecoin, Ethereum, XTC, ADA und noch einige weitere. Falls du Lust auf so eine Tasse hast, schau doch am besten mal bei uns im Shop vorbei. Die Aktion gilt, solange ich Tassen habe, sobald sie weg sind, sind sie weg. Solltest du keine Tasse abbekommen, werde ich mir eine Kleinigkeit überlegen, die ich deiner Sendung trotzdem beifüge. Ich hoffe jedoch, dass du noch eine Tasse abstaubst. Und jetzt starten wir doch direkt mal rein in die aktuelle Lage. Ja, Bitcoin bei 23.500 Dollar hat sich einiges getan in den letzten Stunden. Nachdem Bitcoin gefühlt die letzten Tage immer so bei 22.900, 23.000 rumgeschwirt hat, gab es jetzt den Durchbruch. Dementsprechend natürlich die Frage der Fragen, sind wir jetzt soweit durch mit allem und können wir jetzt quasi schon uns alle vorbereiten auf einen massiven Bullrun oder gibt es vielleicht noch irgendwelche Gründe, warum Bitcoin auch nochmal in die andere Richtung laufen könnte. Und im Prinzip habe ich euch schon in der letzten Ausgabe gesagt oder hat sich bisher wenig daran verändert, dass es momentan noch sehr schwierig ist, eine Prognose zu wagen. Ich persönlich würde aufgrund der aktuellen Situation, wenn man sich den Arbeitsmarkt, die Zinsentwicklung und so weiter anschaut, eher damit rechnen, dass wir noch nicht ganz über den Berg sind. Andererseits wissen wir auch, wenn alle etwas Negatives erahnen und antizipieren, kommt es meistens, was den Markt betrifft, doch anders. Und momentan sind alle Augen auf die FED bzw. auf die EZB gerichtet. Die EZB wird den Einlagensatz am 2. Februar auf 2,5% anheben, so zumindest die Prognose. Und die Notenbank FED in den USA, da erwartet man ebenfalls eine Erhöhung. Die haben ja schon durchblicken lassen, dass Zinsen von über 5% dieses Jahr total realistisch wären. Einige Zahlen haben sich jedoch ganz gut entwickelt, sind weitere Entlassungen zurückgegangen, aber gleichzeitig ist die Beschäftigungsquote nicht unbedingt gestiegen. Hier sind wir ganz besonders mit dem Auge auf den Beschäftigungskostenindex. Aber alles in allem können wir, glaube ich, festhalten, dass eine Zinserhöhung relativ wahrscheinlich sein sollte. Sollte die Zinserhöhung ausbleiben oder moderater ausfallen, als von den Experten angenommen, kann das aber natürlich auch unerwartet eine Kursrallye auslösen. Von daher sind wir, wie gesagt, momentan in einer sehr schwierigen Phase. Und es ist wirklich nicht einfach, das zu prognostizieren. Was ich euch sagen kann, ist, dass wenn wir nach oben weiter versuchen auszubrechen, dass wir so im Bereich zwischen 24.000 und 25.000 einen enormen Widerstand vorfinden werden. Das Ganze zeige ich euch auch nochmal im Wochenchart. Da sehen wir, dass wir jetzt eben eine Art W-Pattern bilden, wobei das konnte man eben, glaube ich, auch ganz gut sehen. Ein W-Pattern eher Bullish. Andererseits sind wir hier an einem relativ starken Widerstand. Sollten wir den durchbrechen, würde die nächste Stufe so ungefähr bei 30.000 Dollar sein. Das wäre dann auch wieder psychologisch eine wichtige Marke. Und auf Monatsbasis sehen wir, dass es sehr, sehr wichtig ist, jetzt zurückzukommen. Denn Bitcoin kratzt jetzt tatsächlich an der Trendlinie. Und wir sehen, Bitcoin hat in seiner gesamten Zeit diese Trendlinie extrem respektiert. Wir waren durchgebrochen, haben jetzt direkt wieder zurückgefunden. Sollten wir nachhaltig die 25.000 Dollar Marke überwinden, dann wären wir ganz klar wieder über der Trendlinie. Und dann würde ich behaupten, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Aber so weit ist es noch nicht. Unabhängig von den Zinserhöhungen gibt es auch noch weiteres Geschehen auf der Welt, das so ein bisschen Angst machen kann. Und so sieht man beispielsweise in Amerika, dass wieder extrem viele Demonstrationen, die aus Arten stattfinden. Ja, teilweise auch richtige Plünderungen, viel Polizeiaufgebot und all das. Wir kriegen davon hier nicht ganz so viel mit, aber ich zeige euch mal eine kleine Szene hier. Und Amerika ist jetzt das jüngste Beispiel, aber wir wissen beispielsweise auch, dass in anderen südamerikanischen Ländern momentan ordentlich was los ist. Und selbst in Frankreich ist ordentlich was los. Von daher gehe ich noch nicht ganz über die Brücke, dass sich die gesamte Wirtschaft jetzt einfach so wieder erholen wird, als ob nichts gewesen wäre. Man wird es sehen, sollte diese Faktoren aber definitiv berücksichtigen. Kommen wir zu den wichtigsten Krypto-News der Woche. Und so viele gab es da ehrlich gesagt nicht. Hive, Deutschland und USA gelingt Schlag gegen Hackernetzwerk. Ein Hackernetzwerk wurde hochgenommen und die Lösegeldforderungen, die sie in Kryptowährungen forderten, belaufen sich vermutlich auf mehrere Milliarden. Falls ihr euch genauer dafür interessiert, wie die Hops genommen wurden, dann könnt ihr euch sehr gerne hier den Link geben und die gesamte Geschichte lesen. Aber wir sehen in der jüngeren Vergangenheit, dass immer mehr Hackergruppen und auch illegale Kryptoaktivitäten angegangen werden und dass Polizei, Spezialeinheiten oder gar Geheimdienste sich momentan extrem gegen diese Gruppen zeigen. FTX, ja, es gibt mal wieder ein kleines Update. 700 Millionen Dollar von Sam Beckman-Fried beschlagnahmt. Es gibt einige Neuigkeiten in der Causa FTX. Während gerichtliche Dokumente darauf hinweisen, dass 700 Millionen US-Dollar in Verbindung mit FTX beschlagnahmt worden sind, veröffentlichten die Insolvenzverwalter der Kryptobörse eine Gläubigerliste. Jetzt kommt das Pikante. Große Marken wie Netflix, Apple, Google sind ebenfalls von dem FTX-Zusammenbruch betroffen. Und das, obwohl diese Unternehmen sich medial doch nicht so wirklich zu Krypto bekennen. Sehr interessant. Passend dazu, Amazon, mögliches NFT-Debüt des Online-Riesen. Das US-Nachrichtenmagazin Blockworks berichtet, dass der E-Commerce-Gigant ins NFT-Geschäft einsteigen wolle. Bereits im Frühjahr soll dazu eine eigene Initiative gestartet werden. In dem Artikel bezieht man sich auf insgesamt vier anonyme Quellen. Denn diese behaupten, dass Amazon bei einigen Akteuren aus der Krypto-Industrie digitale Sammlerstücke angefragt habe, ob es tatsächlich zur Umsetzung kommt, bleibt abzuwarten. So Freunde, wenn wir ehrlich sind, ich meine, irgendwie erwarten wir es doch, dass es irgendwann kommt. Aber wenn es denn wirklich mal in Richtung ganz konkreter Planung geht, dann wird einem doch schon so ein bisschen bange. Und von daher werden wir uns heute mal anschauen. Regulierungen kommen bald einheitliche Kryptosteuern in der EU. Das Europaparlament veröffentlicht einen Wurf, der die Einführung einheitlicher Kryptosteuern auf Bitcoin und andere Kryptowährungen für alle Mitgliedsländer vorsieht. Dies könnte in einer EU-weiten Kapitalertragsteuer umgesetzt werden. Jedoch könnten dabei nicht nur auf Gewinne, sondern auch auf Transaktionen, Mining oder etwa den Handel von Kryptoassets Abgaben fällig werden. Und wenn man sich das noch genauer anschaut, wird es noch krasser, Freunde. Und zwar, eine Überlegung wäre etwa, die Umsetzung einer EU-weiten Kapitalertragsteuer, aber auch Transaktionen, Mining oder der Handel von Kryptoassets könnten demnach Abgaben anfallen. Der Steuersatz werde einheitlich für alle Mitgliedstaaten gelten. Bei der Festlegung der Höhe können aber auch Faktoren wie Stromverbrauch oder Umweltauswirkung eine Rolle spielen. Proof-of-Work-basierte Kryptowährungen wie Bitcoin könnten hier benachteiligt werden. Konkrete Vorschläge soll die Kommission unterbreiten. Wow, das ist auf jeden Fall mal krass. Und diesen Ansatz habe ich noch nie durchdacht. Was, wenn man gar kein Verbot ausspricht, aber wenn man finanzielle Anreize schafft, Bitcoin zu meiden? Also viele Leute haben ja Bitcoin unter anderem auch, weil sie sagen, hey, ich könnte damit im Zweifel auch noch zahlen oder bezahlen und ich habe da ja eigentlich keine Steuernachteile, vor allem wenn ich das Ding ja halte, hat es für mich ja eigentlich nur Vorteile. Wenn in Zukunft aber Bitcoin deutlich stärker besteuert wird als beispielsweise andere Projekte wie meinetwegen XRP, ADA oder XLM oder irgendeines dieser extrem kostengünstigen und schnellen Netzwerke, ja ich meine, wo wäre denn für Institutionen und Anleger, gerade hier in Europa, dennoch ein großer Nutzen in Bitcoin zu investieren? Nehmen wir mal ein Beispiel, sagen wir mal, wer Bitcoin, also Proof-of-Work-Projekte unterstützt, der zahlt meinetwegen 25 bis 30 Prozent Steuern auf seine Gewinne und der, der das gleiche mit XRP oder anderen eher umweltfreundlichen oder energieeffizienteren Coins oder Token macht, der zahlt nur 20 Prozent. Da könnt ihr euch ja mal genau überlegen, was der Investor beziehungsweise der Großanleger im Zweifel wählen wird. Und das spielt natürlich diesen ganzen energieeffizienten Projekten in die Karten, nur ganz generell muss man sagen, eine generelle Kapitalertragssteuer ist zwar total verständlich und nachvollziehbar, weil es im Aktienbereich ja ganz genauso ist, aber wenn man es mit einem Jahr Steuerfreiheit kennt, ist es schon eine harte Nummer. Andererseits macht es natürlich deutlich weniger Kopfschmerzen und deutlich weniger Sorgen, alles Mögliche im Detail auch erklären und begründen zu können, warum man jetzt wann welche Währung steuerfrei ausgezahlt hat und solche Geschichten. Also was unterm Strich natürlich extrem nachteilhaft ist, weil man auf einmal Abgaben hat, die man vorher nicht hatte, ist auf der anderen Seite vielleicht für den einen oder anderen eine Entlastung, vor allem wenn man sagt, Kapitalertragssteuer ist zum Beispiel nur 25 Prozent und bislang wurden deine Kryptogewinne vielleicht mit einem Einkommenssteuersatz berechnet. Da hast du natürlich dann auch rein prozentual einiges an Vorurteilen. Aber zu diesen Details findet man bislang nichts. Sollte ich da fündig werden, werde ich euch direkt updaten. Von daher unbedingt den Kanal abonnieren und mir ein Like da lassen. Falls du das noch nicht gemacht hast, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, kommen wir mal zu der US-Schuldenuhr. Und da bin ich ganz ehrlich zu euch, habe ich erstmal einen Schock bekommen. Ich habe das Ganze bei irgendeinem YouTube-Video gesehen und auf einmal hieß es, wow, es ist soweit, wir stehen kurz vor dem Kollaps. Guckt euch mal an, Dollar-to-Oil-Ratio, also das Verhältnis von Dollar zu Öl ist bei 0 Dollar per Barrel. Das gleiche gilt für Silber und das gleiche gilt für Gold. Also was genau ist da jetzt los? Und wenn ihr da oben schaut, seht ihr so einen kleinen Kasten mit M2 Money Supply. Und da das ganze Internet so ein Stück weit panisch ist, habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie eine logische Erklärung geben. Und die habe ich auch für euch gefunden und kann dementsprechend vermutlich Entwarnung geben. Aber wir geben uns das mal. ...debt clock going around. The debt clock is broken, everyone's thinking. The Dollar-to-Oil, the Dollar-to-Gold, and the Dollar-to-Silver ratio are being displayed as zero. But what's really going on here is that these ratios represent the growth of the U.S. Money Supply, the M2 Money Supply, divided by the growth of those resources on an annual basis. So the growth of the M2 Money Supply, divided by the annual silver production, for example. But if you look at the long-term chart of the M2 Money Supply, yes, it is absolutely, practically straight up. But since the Fed began quantitative tightening and rate hikes back in 2022, the M2 Money Supply is now shrinking year over year. And that is why these ratios are being displayed as zero. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, erklärt er es so, dass dieses Ergebnis hier das Wachstum der Geldmenge im Vergleich zum Wachstum der Silberproduktion oder der Silberförderung ist. Gleiches gilt natürlich auch für Gold oder für Öl. Und da momentan aufgrund der quantitiven Straffung, die gerade stattfindet, kein weiteres Geld mehr gedruckt wird, also das Wachstum des Geldes quasi momentan null ist, sondern eher negativ, rechnet man also in null geteilt durch die Silbermenge oder die Goldmenge oder die Ölmenge und kommt dann eben auf null. So zumindest habe ich das verstanden. Falls ich da noch immer einen Denkfehler mache, korrigiert mich gerne. Aber es scheint auf jeden Fall plausibel zu sein und einige sagen ja schon, hey, das heißt bestimmt, weil sie jetzt auf null gesetzt werden, dass die jetzt neue Werte zusammenwürfeln und plötzlich wird Gold auf 20.000 Dollar sein. Schön wäre es auf jeden Fall. Halte ich aber für mehr als unrealistisch und denke, dass dieses Szenario hier deutlich logischer klingt. Ja, kommen wir mal zu Bricks starten. Und Bricks geht irgendwie mal gleich so ein bisschen mit Politik einher. Wir werden es mal so einfach und kurz wie möglich halten. Lavrov hatte sich dazu geäußert und zwar sagte er folgendes. Souveräne Länder mit Selbstachtung verstehen sehr gut, was auf dem Spiel steht. Sie sehen die Hinterhältigkeit der Herren des derzeitigen internationalen Währungssystems und wollen ihre Mechanismen zur Sicherung der Nachhaltigkeit schaffen, die vor der externen Richtlinie geschützt wären. Also kurzum, die Bricks-Staaten verbünden sich quasi gegen den Dollar, gegen die aktuellen Strippenzieher der Finanzwelt und die wollen wohl richtig ernst machen und das vielleicht sogar noch dieses Jahr. Genau in diese Richtung kommen Initiativen, wie erst kürzlich festgestellt wurde, über die Notwendigkeit, über die Schaffung interner Währung im Rahmen von Bricks, dem Rahmen der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten nachzudenken. Dies wird sicherlich auf dem Bricks-Gipfel diskutiert, der Ende August in Südafrika stattfinden wird. Also Ende August soll wohl eine sehr, sehr große Tagung der Bricks-Staaten stattfinden, wo sie höchstwahrscheinlich auch über ihre gemeinsame Korbwährung sprechen werden und auf ihr Pendant zum Dollar. Gleichzeitig ist man sehr gespannt, was der Osten und vor allem die Arabischen Emirate und auch andere Öländer in Bezug auf den Petrodollar planen, denn auch da gibt es einige Gerüchte, dass sie sich vom Petrodollar komplett abkapseln wollen und vermutlich den Bricks-Staaten beitreten wollen. Also wir merken schon, so ganz locker Ising neues Geldsystem schaffen, bei dem alle glücklich sind und keine Gegenparteien entstehen, scheint es nicht zu geben. Aber ich bin der Meinung, dass die Bricks-Staaten unter anderem wahrscheinlich Technologien wie Ripple oder Ripples XRPL nutzen könnten und das ist der Grund, warum ich es heute mit reingenommen habe und das ist doch die perfekte Überleitung zum kleinen, aber feinen Ripple XRP-Update. Ripple hat eine neue Präsidentin mit Monika Long, die ist schon ewig und drei Tage bei Ripple, schon seit 2013 hatte schon mehrere Posten, in unter anderem bei der Tochterfirma Ripple X und vielen anderen Stationen. Andererseits muss man ganz klar sagen, der Präsident, das war auch schon mal Brad Garlinghouse, das war auch schon mal Chris Larsen, der Präsident hat eigentlich nicht so eine wirkliche Rolle. Er ist nach wie vor wahrscheinlich in seinem Gebiet aktiv, aber es ist natürlich eine ganz klare Würdigung ihrerseits, dass sie jetzt die Präsidentin von Ripple ist und sie möchte auf jeden Fall weiter an Skalierbarkeit arbeiten und egal wie viele Kryptowinter es schon gab, Ripple kam bisher immer raus und so sagt sie, wir haben schon viele Kryptowinter überstanden und der aktuelle folgt auf ein Jahr des Rekordwachstums. Also Ripple versucht weiterzumachen, ganz egal was da draußen passiert und ich habe natürlich geschaut, ob es irgendwelche Neuigkeiten zum SEC-Fall gibt, dem ist nicht so, ich möchte euch auch nicht groß damit langweilen. Auf jeden Fall gibt es jetzt noch eine kleine Streitigkeit und zwar erinnert ihr euch vielleicht an die Schwärzung, einige Namen wurden geschwärzt, damit sie einfach geschützt sind, sowohl der Ruf der Firmen, aber eben auch Einzelpersonen und Ripple will unbedingt, dass einer der Banker unbedingt namentlich genannt wird, aber die SEC will auf gar keinen Fall die Namen des Investmentbankers nennen. Angeblich bei einer Namensnennung könnte der Investmentbanker und möglicherweise auch seiner Familie Bedrohung ausgesetzt sein, heißt es, aber da Ripple so krass darauf pocht, bin ich schon mal gespannt, wer damit gemeint ist. Ich denke mal, Bill Hinman wird es wohl nicht sein, denn der ist ja bereits namentlich genannt, es wird wohl noch irgendwer anderes sein. Ansonsten heißt es, warten, 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 Freunde, aber morgen ist es, glaube ich, soweit, dort findet eine Anhörung statt von Library. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Library, die waren ja vor einiger Zeit vom Gericht quasi schuldig gesprochen worden, dass sie illegale Wettpapiere ausgegeben haben und die SEC hat gegen sie gewonnen. Jetzt gibt es aber eine erneute Anhörung, wenn Library da irgendwie nochmal richtig gute Argumente bringen kann, kann das positive Folgen haben für die gesamte Krypto-Industrie und somit auch für Ripple. Also wir sind mal sehr, sehr gespannt. Und darauf werde ich dann am Mittwoch Bezug nehmen, wenn es denn dazu irgendwelche Neuigkeiten gibt und halte euch da auf dem neuesten Stand, was bei dieser Anhörung rausgekommen ist. Zu guter Letzt noch einmal XRP-Wahle transferieren Millionen von Token. Was steckt dahinter? Nach Angaben des Drittanbieters handelt es sich bei der größten Einzeltransaktion mit XRP-Token um einen Transfer von ungefähr 160 Millionen XRP-Token zwischen zwei Wallets. Die Kryptobörse Bitstamp scheint den größten Einzeltransfer von 36 Millionen Coins im Wert von 15 Millionen Dollar erhalten zu haben. Insgesamt kamen auf Bitstamp in den letzten 24 Stunden 69 Millionen XRP-Token im Wert von 28 Millionen US-Dollar an. Jetzt kann man natürlich wieder jede Menge spekulieren. Will der jetzt einfach nur den Preis dumpen und seine ganzen XRP-Token verkaufen? Oder warum schickt er sie auf die Börse? Und die andere Theorie, kommt vielleicht jetzt wieder das Wort Relisting? Wird vielleicht die Börse jetzt schon mal ausreichend ausgestattet mit Liquidität, weil vielleicht bald wieder ein Listing stattfindet? Naja Freunde, ihr merkt schon, wenn man viel Zeit hat, findet man viele Theorien. Ich persönlich glaube, dass wir einfach noch Geduld haben müssen bis März diesen Jahres. Denn soll ja hoffentlich der Fall dem Ende entgegen gehen. Glauben tut man es erst, wenn es soweit ist. Bis dahin heißt es ein schönes Käffchen trinken oder einen schönen Tee. Dazu bietet sich natürlich idealerweise eine der Tassen an. Und damit möchte ich mich aus dem heutigen Video verabschieden. Ich lese bestimmt gleich deinen Namen im Shop bei den Bestellungen. Die werde ich morgen höchstpersönlich vorbereiten und rausjagen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Danke für eure Treue und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao! Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.